Hallo Leute und herzlich willkommen in einem weiteren Part von The Last of Us. Wir eifern ganz schön schnell jetzt dem Finale entgegen. Und wenn ihr die letzten Folge gesehen habt, wisst ihr, Ellie liegt auf dem OP-Tisch, soll geopfert werden, damit man ihr die Immunität nehmen kann und daraus einen Impfstoff herstellen kann für die Menschheit. Aber wir sind Joel und Joel ist der beste Freund von Ellie. Wir wollen das nicht zulassen, dass Ellie jetzt stirbt. Klar haben wir den weiten Weg gemacht, um das irgendwie zu Ende zu bringen, um die Menschheit zu retten. Aber ist es wert, dass wir Ellie hier retten oder dass wir die Menschen retten? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, Joel möchte sie retten und wir sind Joel und daher retten wir sie jetzt. Viel Spaß hier wünsche ich euch. Und ich werde euch jetzt schon gleich mal sagen, das wird hier voll abgehen. Haha. Da rennt er. Oh shit. Wie viel sind denn da? Scheiße. Nochmal einer. Ich würde sagen, wir gehen hier rein. Wir müssen uns hier in einem Raum verschanzen. Wow, 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 nein, die kommen dort da. Oh shit, 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 oh shit. So, wir müssen von der Waffe schießen in die. Nein, das Ding daneben. Wow, ey. So, jetzt aber. Schnell in Deckung gehen. Ja, wir nehmen die hier. Und hier sind noch einige. Der brennt mal. Wo sind die? Ja, komm nur raus. Zeig dich. Komm her. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist. Wir haben jetzt hier auch ein Sturmgewehr. So. Der wäre tot. Da gibt es noch viel mehr von denen. Die laden wir natürlich gleich mal durch. Seid ihr alle? Wir nehmen natürlich alles mit, was wir hier tragen können. Stellen wir doch mal noch das ein oder andere her. So, Medi-Kids haben wir. Hier können wir noch ein Monot of Copter herstellen. Wo seid ihr? Zeigt euch. Hier drin. Wow, 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 wow. Da hinten. Den haben wir. Ich glaube, das war ein Headshot. Ich hoffe, ich hoffe, ich bin tot. Wow, shit. Seht ihr das? Der Schmuggler! Ja, der Schmuggler auch. Der Schmuggler kommt, mich auch mal zu töten. Mann, die haben aber ganz schön. Wow. Ach du Scheiße. Oh, Mist. Die halten aber auch schon ganz schön was aus. Ja, wir wissen ja, der Operationsraum ist oben. Da müssen wir jetzt hin. Hier nutzen wir die Deckung. Wo sind die alle? Nicht, dass uns von hinten einer auflauert. Dort hinten. Dort hinten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Müssen wir hier durch? Vielleicht können wir irgendwie hinten rum? Nein. Da funktioniert nicht hinten rum. Die wissen aber natürlich auch nicht, wo wir sind. Was macht denn der da draußen? Der dreht seine Runden. Oh Mann. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Ihr habt gesehen, die Leute schießen ziemlich scharf. Das gibt's doch gar nicht. Kommt her. Kommt nur her. Mach nur weiter so. Das wirst du bereuen. Nee, ihr werdet das bereuen. Ich erwisch euch schon. Ja, genau. Hier bin ich. Kommt doch. Den anderen haben wir übrigens gleich klar, ne? Wow, 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 wow. Okay. Ja, das ist schon ziemlich hart hier. Ich zeige euch kurz. Den auch. Ja, der ist aber nur angeschaffen. oh oh jetzt aber und jetzt bleibt ja liegen nein der liegt immer noch unglaublich nein ich noch mehr oder das nimmt ja gar kein ende verdammt noch mal das nimmt überhaupt kein ende hier ja ich brauch die munition wo bist du da hinten wir haben ihn zumindest mal angeschossen ist er tot finden wir es raus ja der müsste tot sein mal ein bisschen munition hier schon mal nachladen das nimmt gar kein ende hier mit diesem gegnern da hinten wartet einer auf der rückseite wir hören ihn doch ja du bist tot das kann ja gar nicht sein westflügel oh man wir müssen hier mal noch ein bisschen was herstellen jetzt das reicht noch nicht das auch nicht tja leute 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 die gegner hier die haben so mächtig in sich so schnell zur deckung vorlaufen oh nein wir müssen den rücken geschossen das mit dem vorlauf aus der denkung war hier eine ganz schlechte idee schnell hier runter vorbeigelaufen wir suchen uns also jetzt da vorne nein die anderen kommen bestimmt gleich zurück na klar aber er ist noch nicht tot jetzt aber der hier hinten noch ja los stopp wir müssen kurze feuersalben machen so kommen wir mehr zum erfolg der lebt auch noch genau verlassen nur die deckung gibt mir eure munition ich kann hier jedes bisschen brauchen die wache braucht unmengen munition und elli halte durch wir kommen für eins reicht es schon wieder und noch ein messer brauchen wir als nächstes wieder eine nahkampfwaffe eine axt wäre nicht schlecht so da geht es nicht lang dann eben doch hier treppen auf wir müssen hoch mal schön die wache durchladen sonst kann das ziemlich in die hose gehen mal schauen ob wir hier doch vielleicht irgendeinen hören können das scheint nicht so na gut das werden doch noch nicht alle gewesen sein da kommen doch bestimmt noch ein paar ja wir wollten zu den fireflies und wollten dort schutz haben und jetzt kämpfen wir selber gegen die aufzeichnende chirurgen aufzeichnende chirurgen 28 april malin hatte recht die infektion des mädchens ist außergewöhnlich der grund für die immunität ist unbekannt bisher zeigten alle fälle dass die antigen-täter des cordyceps im serum und in der rückenmarksflüssigkeit hoch bleiben blutkulturen der patientin entwickeln unter laborbedingungen rasant cordyceps die weißen blutzelllinien bleiben jedoch normal so naja quarantänezone irgendwo hier geht's lang oh mein das ist ziemlich offener raum hier jetzt haben wir hier marilyn's tagebuch 15. märz ha mein geburtstag wir haben endlich die grenze von juta überquert in einigen tagen werden wir wieder bei den anderen sein heute ist die mannschaft bei besserer laune ich habe mir sorgen um ihre moral gemacht seitdem craig und tania letzte woche von uns gegangen sind es tut gut sie mal wieder lachen zu hören Robin kam zu mir und sagte danke dass du uns aufpasst marlin es war eine kleine geste aber ich habe sie gebraucht 23. märz ellie hat es nie geschafft wir haben das krankenhaus erreicht es wurde gefeiert zumindest von den anderen sie freuen sich ihre alten freunde wieder zu sehen manche von ihnen haben wir seit zehn jahren erst mal gesehen nachdem sie mir die neuigkeiten berichtet hatten konnte ich nicht essen ich konnte mit niemandem sprechen ich sollte dankbar sein dafür dass ich noch lebe aber jetzt will ich nur die augen schließen 24. märz sie sehen mich an und ich weiß was sie denken sie denken dass wir ein paar unfähige anfänger sind was hätte ich tun sollen ich dachte ich würde sterben meine männer wurden vom gesamten bostoner bataillon gejagt ich musste sie aus der stadt schaffen wie hätte ich wissen sollen dass die firefly eskorten bereits tot waren verdammt ich bin in panik geraten letztlich sind meine wunden schnell verheilt und meine männer waren fähiger als ich es erwartet hatte mehr als eine handvoll überlebenden überlebte den angriff der armee ich hätte sie bei mir behalten sollen stattdessen habe ich sie in die hände von schmuggeln gegeben ich habe dich enttäuscht anna ich habe uns alle enttäuscht ich bin eine unfähige anfängerin 25 april ich kann nicht mit ihnen reden ich halte die blicke nicht mehr aus hier kann ich nicht bleiben 28 april oh man wie lange geht denn das noch einer unserer kundschafter hat uns gerade angefunkt er hat gesehen wie ein älterer mann und ein junges mädchen den tunnel beim busbahnhof betreten haben er sagte sie könnte gewothaarig sein ist sie aber nicht sicher was wenn sie es ist hör auf marlen der aufklärungsgruppe wird sie sich auf den weg machen ich werde mich ihnen anschließen 28 april also derselbe tag wenn du dich in der dunkelheit verirrt hast suche nach dem licht sie lebt sie führen jetzt die tests an ihr durch ich kann nicht sagen ob ich aufgeregt ängstlich oder bloß nervös bin ich weiß nur dass meine hände nicht aufhören zu zittern marlen ich werde dich töten ich werde dich töten niemand spielt mit elli niemand spielt mit ihr das sage ich dir du wirst sterben da gibt es auch gar nichts mehr zu diskutieren ich werde sie töten gib mir nur die kleine chance Surgery das heißt dort ist der operationssaal wo Wo sind die? Hier hinten, 1, 2, 3, 4, 5. Irgendwie hätte ich gerne meinen Flammenwerfer zurück. Ich wusste gar nicht, dass wir ihn fallen gelassen haben. Oder? Nein, da haben wir ihn doch. Tja, wir müssen zwar ein bisschen auf Mitteldichtanz gehen mit dieser Waffe, aber... So, wir probieren was. Haben wir erwischt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das werden immer mehr. Nein, nein, nein. Die heben wir uns auf. So, von hier sehen wir besser, was die Leute da machen. Und wenn ich mich nicht irre... Locken wir die jetzt doch einfach mal an. Probieren wir es doch mal so. Oh, oder? Moment, Moment, Moment. Ich habe noch einen Plan B. Ich glaube, das ist ein Plan B. Nein. Nein. Wir schnappen uns die, glaube ich, mal von hinten. Heilige Scheiße! Oh, shit! So, hattest du dir das nicht vorgestellt? So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Das war ein teurer Spaß. Komm mir nur zu nahe, mein Freund. Komm mir nur zu nahe. Oh, das ist ja so wohl etwas. Ja, so. Zwei Stück weniger. Minimaler Aufwand, große Effektivität. Und jetzt schnappen wir uns die da hinten. Hm, wie viel haben wir denn hier gesandt noch? Ah. Wow, 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 wow. Na gut, machen wir das nochmal anders. Und jetzt schnappen wir uns mal ein. Ich glaube nicht. Da drüben sind ein paar. Wir hören, die machen kaum einen Moks. Die hört man kaum. Mal um die Ecke schauen hier. So, die wissen nicht, wo wir sind. Und jetzt schnappen wir uns mal ein. Haben die uns geschehen? Ich glaube nicht. Los, trau dich! Und jetzt schnappen wir uns mal ein bisschen schnappen. Und jetzt schnappen wir uns mal ein bisschen schnappen. Und jetzt schnappen wir uns mal eine Kugel mit der Waffe noch. Da ging sogar der Rauchmelder an. Zurück gehen. Dort hinten sehe ich noch einen. Na gut, das bringt nichts mehr. Machen wir das anders. Los, wir haben hier noch ein paar Sachen. So, den haben wir zum ersten Mal eingeschossen. Nochmal. Lade nach. Lade nach. Oh, Leute, das ist hier ein Ende. Da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Ja, ja, was möchtest du denn? Ich will mir die Nagelbombe noch aufheben. Den haben wir. Der bleibt auch liegen. Aber da hinten ist noch einer. So, den haben wir auch. Wow. War es das jetzt gewesen oder nicht? Ich bin mir wirklich nicht sicher hier. Oh ja, hier haben wir ein paar erwischt. Hier müssen wir wohl rein. Ja, ich würde sagen, hier treten wir. Genau, Joel. Mach das schön zu. Schnell da rein. Jetzt müssen wir Ellie finden. Was haben wir hier schon wieder? Abspielen. Oh. Ich habe gerade die Operation eingewilligt. Ich bezweifle, dass ich eine Wahl hatte. Mich zu fragen war eher Formalität. Du musst wissen, dass ich mein Versprechen gehalten habe. Obwohl ich sehr viel zu tun hatte war sie mir wichtig. ich hätte alles für sie getan und manchmal nur sie kann uns retten uns alle danach haben wir gesucht du damals auch woher wollt ihr das wissen? ich soll den Schmuggler töten aber ich werde nicht den einzigen Mann hier töten der die Schwere dieser Entscheidung begreift vielleicht vergibt er mir und du fehlst mir Anna deine Tochter ist bald bei dir mir ganz egal wie sehr sie mit ihrer Entscheidung zu kämpfen hat da vorne haben wir Ellie in diesem Raum ich bezweifle, dass wir einfach hinkommen bezweifle das nichts wie rein zu Ellie was machen sie hier ich gebe sie ihnen nicht denken sie kommen sie ja nicht näher ich warne sie was machen wir Leute retten wir sie hau ab mein Freund hau ab zurück ich habe gesagt zurück wir können hier gar nichts machen wir müssen sie töten ja auch hier können wir nichts mehr machen wir müssen die Ärzte töten ich mache schnell nehmen sie sie und gehen sie okay na gut ich probier's komm her komm her ich habe dich ich habe dich oh Mist zurück er tritt sie zu pediatri Mist wo müssen wir langen ich bin nicht raus Kleine wo müssen wir langen ich habe dich oh Mann ich habe dich na los werter wo langen ach du Scheiße nein nein lass sie los lass sie los nein 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 oh Mann ich weiß gar nicht wohin wir müssen Ellie retten wir müssen sie retten oh 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 verdammt wo lang kommen nein 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 lasst sie los lasst sie los nein nein ja dann töte mich Leute 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 Scheiße wir müssen irgendwie Ellie retten hier rechts alles okay hier durch alles okay alles okay ich sag dir zurück hör auf zu Schäfer verdammt mal wir müssen sie retten du hast du hast unser Leben gerettet Ellie jetzt retten wir deins und unten werden sie schon auf uns warten wenn wir ehrlich sind du kannst sie nicht retten selbst wenn du sie hier raus schaffst was dann wie lange bis sie von ein paar Klickab in Stücke gerissen wird oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird das ist nicht deine Entscheidung sie wollte das und du weißt es hör zu du kannst hier immer noch das Richtige tun Joel sie wird gar nichts spüren aber was sind das für Klamotten? bleib einfach liegen die Betäubung wirkt noch was ist passiert? wir waren bei den Fireflies es gibt noch viel mehr Leute wie dich Ellie sie sind auch immun es gibt Dutzende von ihnen es hat aber rein gar nichts gebracht wir haben aufgehört wir haben aufgehört nach einem Heilmittel zu suchen wir fahren nach Hause tut mir leid warte tu das nicht bitte bitte du würdest ihnen nur folgen wenn sie sich nicht sagen sie sind nur folgen laufen. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Wir sind Ellie. Er hat sie gerettet. Pass auf deinen Kopf auf. No, ich hab es. Er hat sie gerettet, aber auch gelogen. Ich bin doch schon alt. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube... Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemacht. Du hättest dir gefallen. Ja. Oh. Hör mal da. Wir sind fast da. Es ist nicht mehr weit. Hier. Hier, ich helf dir. Gib mir deine Hand. So. Okay, na komm. Hey, warte. Ach. Damals in Boston, als es mit dem Biss war, da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und... Und sie hat gesagt... Setzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte... Viele Probleme mit dem Überleben. Aber... Was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Aber es... Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Okay. Ja, Leute. Er hat sie angelogen. Er hat Ellie jetzt am Ende wirklich angelogen. Ich meine, ich sehe das genauso wie er. Ich möchte Ellie auch retten. Und auch ich bin ein bisschen im Zwiespalt. Soll sie leben? Oder soll sie sterben für die Menschheit? Ich wüsste nicht, wenn ich in der Situation gewesen wäre, für was ich mich entschieden hätte. Aber jetzt am Ende, er hat es ihr geschworen. Er hat sie angelogen. Und irgendwann, Lügen haben kurze Beine, würde sie es herausfinden. Ja, hier als Fazit. Das Spiel, ich finde das einfach der absolute Wahnsinn. Nach wie vor der Hammer. Ich hatte anfangs doch relativ große Schwierigkeiten, ein bisschen wieder in die Playstation zu finden. Aber alles in allem, muss ich wirklich sagen, es war wirklich geil. Es war wirklich der Hammer. Ich bereue keine Minute, die ich da drin verbracht habe. Und auch wenn ich ein paar Mal geflucht habe und hier ein paar Mal vor mich hingestorben bin. Es hat sich alles gelohnt. Ja, ich bedanke mich bei euch wirklich herzlich hier, dass ihr mich unterstützt habt. Dass ihr zugeschaut habt bei diesen ganzen Parts, die wir zusammen gemacht haben. Ja, an meinen Freund Velo, der wirklich alle Teile gesehen hat. Velochen. Ich bedanke mich recht herzlich auch bei dir für die Tipps, die du mir gegeben hast in diesem Let's Play. Es war wirklich super von dir. Das freut mich immer wieder, wenn ich mit Leuten so eng zusammenarbeiten kann. Und ich bin ja noch ein junger Let's Player. Und wünsche mir das auch wirklich für die Zukunft weiterhin. Dann doch auch mal noch ein bisschen größer zu werden, mehr Fans zu bekommen. Und es war wirklich super von euch allen, die ihr zugeschaut habt. Ich hatte hier Riesenspaß. Und ich kann euch gleich, ich hatte es schon mal in einem anderen Part angekündigt. Als nächstes kommt definitiv Bion2Souls. Ich habe etwa schon 5, 6 Parts gedreht davon, die noch nicht online gestellt. Die Tage werde ich diese online stellen. Ich habe hier noch Uncharted 3, was ich selber noch nie gespielt habe. Ich habe Uncharted 2, das habe ich auch noch nie gespielt. Ich werde in Uncharted 3 und 2 definitiv mal reinschauen, ob sich das lohnt für ein Let's Play. Und dann bin ich da doch recht zuversichtlich, wenn das ein cooler Titel ist. Was ja übrigens auch von diesem Titelhersteller, von den Naughty Dogs ist. Dass ich das für euch dann hier noch Let's Playen werde. Aber als erstes hier auf jeden Fall mal Bion2Souls. Ja, ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Schaut wieder rein in meine Let's Play. Wenn es euch gefallen hat, schenkt mir ein Abo. Ich würde mich wirklich freuen. Für Tipps und Tricks für andere Spiele oder Anregungen könnt ihr euch jede Zeit mit mir in Verbindung setzen. Über den YouTube-Channel. Ihr könnt mir sogar im Moment noch schreiben. Ich habe ja hier nicht tausende von Fans, wo ich das blockieren muss. Sondern ihr könnt mir wirklich hier auch über YouTube schreiben. Ja, also. Hier verabschiede ich mich mal. Denn wir wollen ja hier nicht in 50 Minuten noch da sitzen. Und ich rede irgendwas vor mich hin. Einfach nochmal an euch alle ganz großes Dankeschön. Stay tuned. Have fun. Hier für euch war euer MuscleTech. Und ja Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.